Neue Schrotze Oh ja, dat is nice Ah da ist einer Constructor gefunden Hotloader Mega schnell Oh Constructor Alter wie schön schnell die nachlädt, ist ja mal mega geil Hast ne neue Schrotze? Ja, tausend für hundert pro Schuss Ich kann fünfmal schnell schießen Aua Constructor ist gleich kaputt Noch einen Schuss, weiter kurz, weiter kurz, weiter kurz Und kaputt Iron Loader, kann gar nichts Wieder beliebst du mich eigentlich da und wieder? Jaa Sicher? Jaa So schnell? Ich hab cooldown drauf Ah, da ist Iridium Ah, da ist Iridium Ach, meins Was? Und hin? Am Anfang war auf Pentara Chaos Ich glaube ich hätte vielleicht noch was für dich Als Jake auf Pentara ankam fand er eine weltvollere Gefahr Ne Jack Bewaffnete sich bisher mit Zähne mit hochwertigen Hype hier mit dem Waffen Waffen der Firma wieder seine Hand Alter Neue Granaten-Mod Alter Neue Granaten-Mod Julian, ich kann dir eine alte Granaten-Mod von mir geben, die geht mega ab Juli? Ja? Hier, eine neue Granaten-Mod von dir äh, für dich Ich hab eine bessere gekriegt Jupp, danke Das musst du dir erstmal vorstellen, ne? Wir können mich bei größter Schatz um einen Gold Roger denken Oh ja Spank Spank, ich schau mal seine Schuhe an Was der für Schuhe anhat Sneaker, oder wie? Jupp Also ich hab jetzt keinen Sniper mehr Ja, cool Äh, ich kann dir den zurückgeben, wenn du willst Nein, das ist vielleicht besser Ja, ich verkauf die nur einfach Ja, ich verkauf die nur einfach Vorsicht, Jungs Es heißt, als Kammerjäger die Stadt infiltrieren Ihr dürft ruhig abhauen Für so scheiß zahlt man uns nicht genug Hall of History Ihre Steuerrückzahlung ist der Lohn für ihre ergebene Treue Kann ich die andere Quest aktivieren noch schnell? Vielleicht müssen wir was machen Jo, mach mal Jo, mach mal Oh, kennst den Vogel Das werden wir nicht zulassen, Sugar Begib dich nach Opportunity und erledige den Vorarbeiter des Baupunktes Ne, kenn ihn grad nicht Da ist das Vieh von, äh, Mordecai Ah, das ist ein Vogel Ah, das ist ein Vogel, okay Das ist eines von Jack Doubles, mit denen der Attentäter täuscht und untergeben übereindruckt Mein Doktor Alter Vorarbeiter Jasper Auch die Hilfe Mega viel Leben Nicht mal lange Ja, der ist nämlich gleich tot Haben gekillt Oh, er hat einen Schlüssel fallen gelassen Tu einer Lady Da haben wir alles aufgenommen Gleich gucken wir dann nochmal nach, okay? Alter Der Hotloader hat mir aber mega gegeben Pass auf, da oben steht ein Badass Loader Ich mach grad unseren Warloader kaputt Ich sterb grad fröhlich vor mich hin Mach das Mach ich schon selber Ne? Ich komm da nicht ran Passt, ich komm schon ran Passt, ich komm schon ran Ja Ja Das ist ein Reparaturbot Hast du mal eine genaue Sniper? Nein Ich baller grad mit der Schrotze drauf Ob du noch einen hast? Nee Nee Ich hab da ne alte Ja, die war ganz geil Willst du kurz geben? Da stehst du du Da Schon fertig gemacht? Schloss Schätzchen Checkt den Container Sieh nach ob dieser Schlüssel einen von ihnen öffnet Kampfingenieur Na wie viel Geld hast du mittlerweile? Weiß ich nicht, ich muss gleich mal gucken Irgendwo ist ein 20.000 da bereit Die Grippe 41.000 Du gibst aber nicht aus, gell? Du gibst aber nicht aus, gell? Ich sag's dir, wenn ich weiß Wenn ich's weiß Denkst du hier gibt's eine versteckte Kiste? Ne Waffenkiste Ne Waffenkiste Wir sollen ne Kiste finden Boom Was läuft bei dem? Da drüben ist ein Double von Jack Guck mal, fertig Erstmal looten Der kann mir harte Kimmel knuschen Und sein Double auch Der kann mir harte Kimmel knuschen Gut, dann hol ich wohl die Ich wollte raus hauen Shit daneben Ich krieg den nicht Okay, ich muss mich wieder beleben Okay, ne doch nicht, doch nicht, doch nicht Hast du mich wiederbelebt, oder? Nein Hm Waffen aufm Weg Waffen aufm Weg Das war fein Aber wieso wollen sie eine Metropole inmitten einer Banditen verseuchten Wegnis errichten? Das führst du dich nicht, Sir Natürlich nicht, weil du so wenig Vorstellungskraft wie Gehirn zählen hast Man tut nichts, weil es leicht ist, man tut es, weil es richtig ist Aber, Sir, ich äh Das ist trotzdem keine Erklärung Opportunity ist nur der Anfang, Leute Die Zukunft kommt nach Pandora Und Opportunity ist das strahlende Leuchtfeuer dieser Zukunft Banditen werden von ihrem Babyfleisch in den Töpfen aufschauen Und unsere Stadt, der fernen Leuchten sehen Als wir wohl für sie schauen Der Rest von Pandora Der Rest von Pandora Komm ey, verreck endlich Jack ey Ich hab ihn übrigens getötet, ne? Habe ihn übrigens getötet, ne? Jack hörte sich gerne die Wohnpudeleien seiner Untergebenen an Wir brauchen einen Spurenmodemator, damit er mit Jacks Stimme reden kann Geht zu einem Informationsstand Na 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 Weiterballern Äh, wir müssen zurückgehen, müssen wir gerade die Hauptquests weiter Ja, bisschen Problem Wir machen gerade die Hauptquests weiter Jo So Komm Würd ich sagen, wir machen die anderen Questen dann noch fertig Was? Ich meine die anderen Questen noch fertig. Ja, ich aktiviere sie schnell. Hab ich schon. Das ist die Hauptquest. Das ist nicht die Hauptquest, oder? Das ist die Hauptquest. Jetzt sind wir bei Nebenquest. Das ist ein Scherz, ey, ich hatte ihn getötet. Ja, Ju... Was? Äh, wieder wirst du mich schnell? Mhm. Das ist scheiße, ich bin grad über weit weg. Ja, ich seh's. Gut, ich glaub, das passt. Ich überlebe das glaub ich nicht. Oh, 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 das kette? Alter, nice. Hart, nice. Ich bin grad über jemanden, der klasse hat. Ähm, okay, Sir. Und was schlagen Sie vor wie wir? Synergie, Dynamizismus, Longitudinalwörter mit Wort. Wörter mit Bedeutung. Wörter, die offensichtlich niemand in diesem Raum versteht. Angesichts dieser verständnislosen Gesichter von euch Höhlenmenschen. Also, wenn du eine Hyperion-Schrotflinte aufnimmst, die Projektildiversifikation heißt, weißt du, dass sie von verdammt cleveren Bastarden für verdammt clevere Bastarde hergestellt wurde. Jesus, schreibt irgendjemand mit? Das ist pures Gold, Leute. Julian? Pistole 235 plus 140 Feuerschaden. Ich spiele nicht mit Pistolen. Okay. Ich kann ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich hab ne neue Granaten-Mod, die ist besser als die... Digga, könntest aufhört zu labern und rankommen. Ich muss da noch einen Muni holen. Mist. Fliegt er nicht mehr. Alter, die können ewig nichts gegen den Granatwerfer. Ich höre jetzt ne Shield-Bot noch. Ich mach grad nen Iron-Loader. Fliegt ein Gun-Loader. Fliegt ein Gun-Loader. Lol. Boah, Mann, ich bin runtergefallen. I? Wir haben geweintes Gmbad. Wtf? Es gibt keinen Funktionen. Ja. Sieg. Herr! Die покiem chegar! Sieg. Lecker! Sieg. Ja. Er. Herr. Er. Er. Kann man dir nicht helfen da unten? Mir? Mir gehts gut.